So, da sind wir jetzt nun beim Imperator. Vor der Türe angelangt haben wir so gut wie alles geplättet, was davor war. Schattenwachen, Rote Wachen und nun geht es endgültig zum finalen Kampf. Dann wollen wir doch mal sehen. Ein Duell gegen unseren Meister. Was wir fast schon nicht gewinnen können. Ich habe dich gut ausgebildet, aber du musst noch viel lernen. Ihr könnt mir nichts mehr beibringen. Das werden wir sehen. Ach du Scheiße. Der Sieger. Da, Vader. Ja, das hat reingehauen, Vagy. Ja, aber wir hauen auch ganz gut rein. Na komm. Alter, nicht geschafft. Zack. Na komm, na komm, na komm, na komm. Ja, das denke ich nicht, aber wir müssen natürlich noch einiges machen. Oh, Vader hat auch schon ordentlich gelitten. Alter. Ey. Das ist fast nicht zu schaffen, dies mit dem B, wirklich. Also ich hämmer da nicht schon drauf wie bekloppt da. So. Autsch. Der verzieht sich. Aber wir haben ihm gut zugesetzt bis hierhin. Alter. Solche Passagen hasse ich ja wie die Pest. So. In your face. Na können wir mal was greifen hier. In your face. In your face, Vader. Was ist los bei dir? Nicht mehr so Lust. Ich zeige dir die Wahrheit. Alter. Boah, da musste ich gerade an meine letzte Sekunde reagieren. Komm, 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 komm. Na los, na los, na los, na los. Boah, Vader ist richtig krass. Alter. Was hätte ich tun sollen? Beim Lichtwert-Duell haben wir bisher noch nie verloren. Alter. Gegen den haben wir keine Chance. Was soll ich tun? Oh, Mann. Boah, wir waren so knapp davor. Wir waren so knapp davor. Dann hat er uns in den Arsch getreten. Meine Reise endet hier und jetzt. Das würde ich nicht sagen, mein Freund. Ich weiß nicht, wieso dieser Part so schwer sein soll. Ich empfinde ihn eigentlich als doch fast schon lächerlich einfach. Na komm, nimm es. Hö, hö, hö. Okay, jetzt zieht er die Dinger. Aber das hat ihn erwischt. Ich zeige dir die wahre Gehörschung der anderen Seite. Ach, Vady. Bin ich da schon vorbereitet? Also bisher ist er wirklich schon ein krasser Typ, so. Ich meine, es ist Darth Vader, aber ich weiß nicht, ob ich anderes erwartet habe. Geht doch. Geht doch. Ist so eine Kostprobe meiner Macht gefällig? Vady. Na komm, jetzt aber. Na los, Alter. Ich... Ich hau mir fast die Hand ab. Kein Spaß. Konnten wir gar nichts machen. Geht doch. Na los, na los, na los, na los. Jawohl. Ja. Komm schon, wir machen ihm fast gar kein Damage. Also in dieser letzten Phase ist er echt fast schon ein Primus. Ganz so prima finde ich das nicht. Alter. Na, da hat er uns auch mal das Schwert reingerammt. Was soll ich tun, ey? Was soll ich tun? Wir kriegen wir fast nur aus dem Maul. Ey. Wir hatten ihn fast. Wir waren so nah dran. Und dann lässt er uns nicht mehr mehr aufstehen. Okay. Dritter Versuch, Vader. Deine Reise endet hier und jetzt. Ja, ist das so? Ich weiß nicht. Also mir hat die Reise eigentlich ganz gut gefallen. So. Zack. Komm, macht Lade auf, Lade auf, Lade auf. Pam. Sterben wie dein Vater. Oh, das war böse. Dafür gibt es einen hinten drauf. Na komm, nimm, 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 nimm. Ich weiß auch nicht, was er denn macht. Ob es so geplant ist oder ob das ein Bug ist, oder ob das so einfach ist. Ja. Und ich kann mich nicht mehr bewegen. Boah, doch. Ich dachte gerade, jetzt wäre es schon vorbei. Ey, wir setzen zu so einer schönen Kombo an und er einfach Geht doch, ey. Ich dachte schon, es wäre unmöglich, das gegen ihn zu gewinnen. Aber es ist es anscheinend nicht. So, und jetzt haben wir eigentlich einen ganz guten Vorteil am Start. So, das war auch in Ordnung. Zack. Was willst du tun, Vader? Autsch. Ja, das will er tun. Ey. So. Ich bin lange nicht mehr der einfache Schüler, den du denkst, den ich mal hatte. Für diese Duelle sind wirklich relativ easy, aber die machen ihm fast kein Damage, habe ich das Gefühl. Alter, aber so. Na bitte, es geht doch. Pam, Junge. Pam. Komm. Aktiv sein. Gucken, was passiert. Ich bin jetzt schon mal auf. Boah, er hätte ihn doch schon kalt machen müssen. Aua, 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 aua. Nicht schlecht für den Schüler. Ja, vernichte ihn. Er war schwach. Gebrochen. Vernichte ihn jetzt und komme an meine Seite. Nein! Okay, wir müssen Ramcoder helfen. Das war Vader. Siege den Imperator. Boah. Alter. Okay. Jetzt hat er so eine Art Blitzkäfig um sich rum. Ich glaube, da können wir ihm wenig Schaden machen. Boah, ich dachte, damit könnte ich ihn wenig gefährden, aber sieht nicht so aus. Boah, wie viel Damage macht der, ey. Das ist ja wirklich nicht mehr feierlich. Okay, einen hat er noch. Macht das wenigstens Damage? Ja. Okay. Der Imperator wird in Ecke härter. Da bin ich mir doch recht sicher. Vor allem, wenn ich das jetzt so sehe. Rokota hat mich gerade empfindlich an das Schicksal von Mace Windu erinnert. Alter. So, das macht aber wenigstens gut Damage, wie wir sehen. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn packen können überhaupt. Mal in diesen Schrott wirft. Kommen wir auch nicht durch den Blitzkäfig durch. Oder was auch immer das sein soll. Alter, wie viel Schaden er macht, ey. Man kann sich nicht mal mehr aufrichten. So, jetzt kommen die blauen Wachen. Alter. Wo soll ich das denn riechen, Mann? Das ist doch unfassbar. Rebellion endet hier. Mit deinem Tod. Alter. Wenn ich dagegen laufe, kriege ich Schaden. Ich kriege überall Schaden. Das ist ja eigentlich eine laufende Schaden-Arena. Und eigentlich dem müsste man doch schon ausweichen können. Ja. Deine Hoffnung. Schwächt. Man sieht, man kommt ihm näher, aber es passiert einfach nichts. Der andere Knecht wirft einfach sein Schwert auf einen. Und dann ist es fast schon aus. Na los, ich sehe den doch da liegen. Ach so, da kann man gar nichts machen, oder was? Was soll ich denn machen? Du hättest Lord Vader vernichten sollen. Das hätte ich vielleicht wirklich tun sollen. Ey. Wie kann ich diese Blitze blocken? Kann ich sie überhaupt blocken? Ey, Mann. Ich kann mich ja gar nicht bewegen, wenn er die macht. Komm, geht rauf, Junge. So, Duell gegen eine rote Wache. Könnte schon knifflig werden. Vor allem, wenn man so scheiße anstellen wie hier. Das dürfen wir jetzt natürlich nicht. Das ist natürlich ganz klar. So. Impi. Ey, was soll ich denn? Ich... Ich glaube, ich kann die nur mit meinen eigenen Blitzen blocken. Oder ich kann zu ihm hingehen und ihn schlagen. Das wäre auch noch eine Alternative. Jetzt diese Scheiße. Ich habe so wenig Leben. Okay. Geh drauf. Okay. So. Eine rote Wache ist schon mal Geschichte. Geschichte. Die zweite auch. Okay, das war eine sehr, sehr gute Aktion. Alter. In der Luft erwischt. Ja, was soll ich machen? Wenn ihr die so... Ja, guckt euch an, wie wir schon... Ich kann auch nur noch lamentieren hier bei der Kacke, ey. Weil ich gleich drauf gehen werde. Ja. Okay. Wir versuchen es auf jeden Fall immer wieder. Es geht geht in den End hover. Vielen Dank.